Hallo alle, ich bin Amelie, eine der drei Autorinnen von Chorissimo singen mit Kita-Kindern und ich freue mich so an unserem Buch, weil es eine Schatzkiste ist. Eine Schatzkiste von unseren Ideen und eine Schatzkiste, die mit euren Ideen noch größer werden wird, denn ihr werdet zu den Liedern all unsere Ideen ausprobieren können und dann merken, dass ihr noch mehr dazu variieren und erfinden könnt mit der Stimme spielen, mit dem Körper, mit Bewegungen und mit viel Freude mit den Kindern singen und musizieren werdet. Viel Spaß damit!